Die Disco-Bauern Ja, und so ist dann die Nummer, also die haben wir aufgenommen und die ist im Februar, wird es veröffentlicht, derweil auch von den Scharfs auf Malle läuft sie sehr, sehr gut, muss ich sagen, und ja, hört es auch ganz einfach mal an. Amanda war ein schönes Kind und gerade sieben Jahren. Ein jeder war von ihr, der sie nur einmal sah Nur eine Fehler hatte sie, wir ließen nicht mehr sein Die Dinger hat sie schickt im Motto, Mama hört man schreien Amanda, Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda, Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda wurde 17 Jahre kreuscht und ungehöhnt Dann hat sie einen in der Macht und den hat sie produziert Doch als er küssen wollte ihm und den Heiz an Liebesblut Da nimmt sie schnell die Hand da vor und fielte noch der Mut Amanda wurde 20 Jahre, 18, 20, genau Zu ihnen eine Lungen machen wurde es im Raum Gleich nach der Hochzeit nahm er sie in dieser Kämpferlein Erlegte sie aus jeder Welt und schon ein Mann in Schrei Amanda, Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda, Amanda, Amanda nimmt sie weg Amanda, Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda, Amanda, Amanda nimmt sie weg 30 war sie groß in Form gewarnt, sie geht allein Dem Papa war das bald zu unersprach Belast zu sein Jedoch Amanda hat sie längst im Spock erst abonniert Kann Papa, muss ich schlafen, macht sofort, weil es passieren Selbst jetzt sah man ihr und dann sie war, weil sie ja gering Ein Wüffel sich fast jede Nacht auf ihrem Hals hinweg Bis 18, er wird schlafen und auf sie will immer mehr Wenn ihre Hand dann nähern, kommt ein Schöpfer ins Teufel her Amanda, Amanda, Amanda nimmt die Hand da mit Amanda Amanda Amanda, 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 Amanda. Amanda klopft ans Himmel so hart, man lässt sie ein, na klar, sie fragt mich, ganz viele Kahn, natürlich ganz, ja. Sie stellt den Himmel auf, den Kopf versaut, die Engelein, der Petrus vor Ansätzen schreibt, jetzt alleine, du darfst das sein. Vielen Dank, Dankeschön. Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, auf www.die-partytourlissen.de, können wir unsere nächsten Auftritte verfolgen und natürlich, was wir sonst noch zutreiben. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr zuzufügen, Autogrammkarten haben wir natürlich auch mit, der nächste sagt, Pro Tools, kein Problem. Und hier sind wir noch. Schönen Abend noch hier, deiner Hütengaube und danke für die Einladung. Dankeschön. Die Partitouristen.